Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sind in unserer Mitte. Aufsetzt sie in die Bütte. Gott grüßt die Kunst, sei das Panier und blank das Schild, blank das Visier. Zu Förders lasst sie feierlich geloben, lasst uns kein Fehl, kein Falsch, kein Hass bewegt. Wo Freundschaft waltet, sei sie nun gehegt. So lasst die Wasser laufen, lasst uns die Konuten taufen. Zum Genossen, packt an! Stefan Freund, wir schlagen dich vor. Ja, woher? Ja, woher? Ja, woher? Lasst ihren Korpus fallen in diese Bütte. Den Durst den Seelen geht ein Sturzblatt oben drauf. Dies ist den Töchtern und den Söhnen Budenbergs die allerbeste Tausend. Jetzt müssen wir auch klatschen. Jetzt müssen wir auch klatschen. Zum Genossen, es sei, packt an! Lasst uns ihren Korpus posterior umfallen auf diese nassen Schwämme. Wir striefen beide Wallen. Den Durst den Seelen geht ein Sturzblatt. Den Durst den Seelen geht ein Sturzblatt. Den Durstgen Sehnen gibt ein Schnurzband obendrauf. Dies ist den Töchtern und Söhnen guten Werks allerbeste Sau. Das macht mir eigentlich rein, Mensch. Den Durstgen Sehnen gibt ein Schnurzband obendrauf. Dies ist den Töchtern und Söhnen guten Werks die allerbeste Tausendung. Ihr sollt vor diesem großen Forum aller Mitarbeiter unserer heute zehn Jahre alt gewordenen Offizien bekennen und versprechen, dass all dieser falsche Brauch nicht mehr vorkommen soll. Fehler und Makulatur soll es jetzt nicht mehr geben. Das soll euer Bestreben sein. Ist es so, so sagt das Bekenntnis, es sei künftig mein Bestreben stets ein tugendhaftes Leben. Bitte sprecht dieses Gelöbnis nach. Ja, bevor ich das jetzt nachspreche, also die Gauss-Kollegen, die haben doch kein Bier, ne? Ich würde sagen, die müssen nachgereicht werden, ne? Die packen wir mal eben Bier noch. So, jetzt immer mit. Es sei künftig mein Bestreben stets ein tugendhaftes Leben. Gut. Und ist so der Schwur aus eurer Kehle entronnen, packt nun der edle Gerstensaft in die Kehle rinnen und nun empfangt den Gauss-Brief als Zeichen eurer Würde. Euch aber, Angehörige der schwarzen Zunft und Kunst, bitte ich Kraft meines Amtes als Depositor der Bütte und des Schwammes, dass ihr die neuen Gesellinnen und Gesellen in eurer Mitte aufnehmt, sie als vollgültige Schwarzkünstler anerkennt und ihnen jede Hilfe zuteilwerden lasst, die ihnen im Namen Gutenbergs gebührt. Wir schließen die ehrbare Handlung. Gott grüßt die Kunst. Und das schreiben wir gleich, ne? Das kann ich dir schon mal zeigen. Ich hoffe, damit du weißt, warum das so ein Brett auf dich genommen hast. Wie ist man gar nicht unterschrieben? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Die Packer und Schwammalter und Gausschmeister müssen jetzt den Brief noch unterzeichnen. Die müssen auch noch unterzeichnen. Ich habe mehr. Ich bin der älteste Zunftgenosse hier. Sie gucken zu mir, die drei gucken auch hier. Ja, ich bin Genosse. Moment. Da sind noch keine Unterschriften drauf. Nein, das machen wir gleich. Das macht man gleich. Das macht man schnell. Ist doch so in deinem Sinn? Was sind das hier für Waffen? Das müssen wir uns erklären. Dann müsstest du eigentlich besser wissen. Du bist doch gelernter Drucker. Ja, wer ist das Gutenberg hier? Das glaube ich nicht. Sieht eher nach dem Rollenspieler aus. Das ist ein Rollenspieler. Schick. Hast du gefilmt hier? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Wir sind ja schon angekündigt worden. Wir kommen aus Bielefeld und heißen Open Ear. Und das erste Stück heißt so, wie immer der Abend werden soll, nämlich alles gut. Und das erste Stück heißt so, wie immer der Abend ist. Das ist ein Rollenspieler. Aufsetzen Sie in die Hütte, Gott grüßt die Kunst, sei das Panier, und blank das Schild, blank das Visier. Zu Förderst, lasst Sie feierlich geloben, dass uns kein Fehl, kein Falsch, kein Hass bewegt. Wo Freundschaft waltet, sei sie nun gehegt. So lasst die Wasser laufen, lasst uns die Konuten taufen. Zunftgenossen, es sei, packt an. Lasst uns Ihren Korpus, Dr. Jorgen, alle machen, bis tiefen beide Wollen. Lasst Ihren Korpus fallen in diese Büt. Die nurste Seele gibt ein Kostrad, hören auf. Dies ist den Völkern und Söhnen Muenbergs die allerbeste Hand. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Seht euch jetzt noch mal vor, liebe Kornuten, in Wahrung von Brauch und Sitte habt ihr nunmehr im Namen unseres Altmeisters Gutenberg die Wassertaufe ad posteriorum empfangen. Damit soll symbolisch gezeigt sein, dass es notwendig war, den Unfug, die Fehlerhaftigkeit, Murrerei und Hudelei der Leerzeit zu beseitigen und abzuwaschen. Ihr sollt vor diesem großen Forum aller Mitarbeiter unserer heute zehn Jahre alt gewordenen Offizien bekennen und versprechen, dass all dieser falsche Brauch nicht mehr vorkommen soll. Fehler und Makulatur soll es nicht mehr geben. Das soll euer Bestreben sein. Ist es so, so sagt das Bekenntnis. Es sei künftig mein Bestreben stets ein zugendhaftes Leben. Ist so der Schwur aus eurer Kehn entronnen, mag nun der edle Gerstensaft in eure Kehlerinnen. Und nun empfangt den Gautschriff als Zeichen eurer neuen Würde. Euch aber, Angehörige der schwarzen Zunft und Kunst, biete ich Kraft meines Amtes als Depositer der Büte und des Schwammes, dass ihr die neuen Gesellinnen und Gesellen in eurer Mitte aufnehmt. Sie als vollgültige Schwarzkünstler anerkennt und ihnen jede Hilfe zuteilwerden lasst, die ihnen im Namen Gutenbergs gebührt. Wir schließen diese ehrbare Handlung. Gott tüßt die Kunst! Das bleibt heute ein Geheimnis. 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 Musik Musik